Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Tutorial von... Warframe. Genau. Heute sind wir nach dem 13er Update da und da gab es eine ganz spannende NPM-System. Da gehen wir direkt mal kurz rein und zeigen es euch. Und zwar gibt es jetzt sogenannte Haltung-Mods. Das ist deswegen interessant, weil es quasi das Equivalent zu den Aura-Mods für die Warframes ist. Das heißt, in diesem Beispiel wäre es der mähender Wirbel, der zu einem die Waffe mit besseren Kompos aufstattet. Was heißt besseren Kompos? Das ist ja alles A1, bloß in der Luft oder mit Pause. Die sehen halt ein bisschen schicker aus und ich glaube machen noch ein bisschen mehr Schein, sobald ich das so gelesen habe, oder? Weiß ich nicht. Nicht wirklich? Schade. Auf jeden Fall gibt die Karte euch zusätzliche Punkte. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt, warum das Ganze ein ganz tolles Feature ist. Denn ganz oft kann man wegen ein paar Punkten seine Mods nicht komplett aufleveln und denkt an sich, ach verdammt, ich will jetzt kein Former einsetzen und verdammt, ich will die Waffe jetzt nicht nochmal aufleveln. Und deswegen eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, auch eigentlich ganz easy zu handeln. Das Wichtige wäre nur, es gibt für jeden Waffentyp eine bestimmte Zahl von Haltungsmods. Und hier könnte man jetzt mal so eine lichtete einzelne Kompos sehen. War das R1? Ja, die sind ja... Aha. R1, R1, R1. Ah ja. R1, 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 R1 Pause, R1, R1, R1. Okay. Ja, klingt schwierig, oder? Kriegst du das hin? Nee. Ja, also eine ganz tolle Sache, und wir zeigen euch auch mal, wie ihr die ganz einfach in eurem bisherigen Modsammlung findet. Das ist die neue Haltungssymbol. Genau, eine eigene Kategorie. Als Faustkampf habe ich bis jetzt Doppelschwert. Machete, Sense, Stangenwaffe und Doppelschwerter. Genau, da gibt es dann noch was für Feuchte und weiße Kug, was alles. Und ja, damit könnt ihr ganz einfach und ohne große Umwege quasi die Punkteanzahl, die ihr zur freien Verfügung habt, erhöhen. Sogar ziemlich krass erhöhen, je nachdem, ob ihr auch die richtige Polarität drin habt und könnt da eure Nachkampfwaffe richtig gut skillen. Ich glaube, es ist falsch, sondern es ist ein Punktabzug von dem her. Ja, aber die reichst du. Alle deine Mods sind aufgelabelt, von dem her passt, vorhin hat es noch ein paar Punkte gefehlt und jetzt ist alles gut. Kann man jetzt gerade mal kurz zeigen, was deine Dings jetzt an Gesamtschaden macht. Ja, krass. Aber eigentlich fast 500 Schaden pro Sekunde. Bisschen mehr sogar. Ja, okay. Das ist richtig, richtig gut und tolles Feature. Ruhig, bitte mehr davon. Es wächst. Es wächst. Und gedeiht. Genau. In diesem Sinne, vielen Dank, war diesmal eher ein informatives Tutorial und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. 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 Ja, vielen Dank.